Ja, moin Leute, der Vengat hier und in diesem Video wollte ich euch einfach nur mal zeigen, welche Grafikeinstellungen ich so bei DayZ habe, weil ich das jetzt ein paar Mal gefragt wurde. Und ich möchte euch Tipps geben, Tipps zeigen zu den richtigen Einstellungen, mit denen ihr dann wahrscheinlich nochmal ein paar FPS rausbekommt, also so gesehen Initweaks. Jetzt zeige ich euch, wie das geht, aber erstmal das, was wir einstellen, bevor wir überhaupt DayZ starten. Und das ist einmal hier vorne, wenn ihr Steam öffnet, geht ihr auf DayZ, macht Rechtsklick drauf, Eigenschaften, und geht dann hier auf Startoption festlegen. So, und jetzt zeige ich euch, welche Startoption ich da habe, die können nochmal ein paar FPS bringen. Ähm, nicht bei allen, auch wahrscheinlich keine überirdische Menge, aber so ein paar FPS mehr, das macht ja schon einiges aus. Also die Befehle gebt ihr immer mit Minus, dann den Befehl gleich, also hier zumindest, oder einfach nur Minusbefehl ein. Und ich erkläre dir euch einfach, welche ich habe, und ihr könnt die dann einfach so übernehmen, beziehungsweise, ja, nicht. Also, was ich damit meine ist, hier haben wir Minus CPU-Count gleich 4, weil ich ein Quad-Core habe, ein I5. Bedeutet einfach 4 Kerne, dass das Spiel auch weiß oder gezwungen wird, die 4 Kerne zu nutzen. Wenn ihr jetzt ein Dual-Core habt, oder, äh, ja, ein Dual-Core, dann macht ihr da natürlich eine 2 hin. Oder wenn ihr einen, ich weiß es nicht, irgendeinen mit 6 Kern habt, dann macht ihr da eine 6 hin. Okay, also die Leute mit I5 und I7, die haben da vermutlich dann eine 4. So, No Splash, das hier bringt einfach, dass, ähm, das Intro am Anfang nicht mehr gezeigt wird. Dieses Bohemia Interactive, also hat man ein bisschen Zeit beim Hochfahren, äh, gespart. Und ja, das nervt eigentlich ja, das Intro so gesehen, das Logo, wenn man das nicht wegklicken kann. Also No Splash, dann habt ihr das nicht. No Pause ist jetzt eher dafür, für Streamer. Das ist dann dafür da, dass wenn ihr das Fenster minimiert oder so, dass das nicht pausiert wird, sondern weiterläuft im Stream. So, No Benchmark und No Logs. Ich weiß nicht genau, was das bringt, das habe ich einfach übernommen, weil das in einem Forum stand. Bringt, glaube ich, nicht viel. Irgendwie soll die Engine dann halt keine Benchmarks ab und zu machen und keine Logs speichern. Ähm, ja, ob es was bringt, weiß ich nicht. Und dann haben wir hier den letzten Max Memory, also Max Mem. Habe ich, weil ich 8 GB habe, eingestellt, Moment mal, habe ich hier eine LED-Seile, oh, zack. Ähm, habe ich hier, weil ich 8 GB habe, auf 8192. Das müsst ihr dann auch, je nachdem, wie viel RAM ihr habt, müsst ihr das umstellen. Angeblich bringt das nicht mehr, das über 2 oder so zu bringen oder 4, ich weiß es nicht. Äh, bei der Daisy Mod war das zumindest so. Aber macht das einfach mal, schaden kann es ja nicht. Je nachdem, wie viel RAM ihr übrig habt. So, das wäre es zu den Startoptionen. Dann gehen wir jetzt mal in die Config von Daisy. Da zeige ich euch nämlich auch nochmal, was ihr da ändern könnt. Wer Windows 7 hat, der bekommt das jetzt relativ leicht hin. Ansonsten müsst ihr die Inis suchen in dem Spieleordner. Gehen wir zur Daisy Config. Einfach Daisy eingeben. Dann müsste hier das Textdokument kommen, beziehungsweise die Config-Datei. Die müsst ihr dann öffnen mit Texteditor, falls ihr gefragt werdet. So, das sind dann hier sozusagen die ganzen Einstellungen, die wir so in Daisy vorgenommen haben. Und was hier halt wichtig ist, was ich euch da zeigen möchte, sind die beiden Befehle. GPU Max Frames Ahead und GPU Detected Frames Ahead. Ich meine, eins müsste anfangs auf 1000 stehen oder so. Macht beide auf 1. Da soll, manche Leute haben da, keine Ahnung, 10 FPS mehr oder so. Ich habe es jetzt nicht getestet, deswegen kann ich nicht sagen, wie viel ich mehr habe. Aber macht das beides auf 1. Und dann werdet ihr glücklich. Und das zweite, was man machen kann, da ist nämlich auch nochmal eine Config gespeichert. Hier, weil ich VanguardLP heiße. Auch unter den, unter eigenen Dokumenten von Daisy. Da könnt ihr dann nach ganz unten quasi scrollen. Und dann habt ihr hier so ein paar Einstellungen, die man so ändern kann. Übrigens, kleiner Tipp für euch, ihr könnt hier auch immer nachsehen, auf welchem Server ihr das letzte Mal wart. Der wird hier nämlich gespeichert. Also nur mal so am Rande. So, die ganzen Sachen hier kann man auch innen drin verstellen. Was FPS bringt, ist Scene Complexity. Ich habe das auf Maximum 300.000. Einfach, weil ich möchte, dass das Spiel schön aussieht. Ihr könnt das runterschrauben. Ich glaube, bis auf 25.000 ist ja, glaube ich, das Minimum. Und halt hoch bis auf 300.000. Ich glaube, 150.000 ist so ein grober Mittelwert. Ich habe es auf jeden Fall auf Maximum, weil ich das einfach schön finde. Und ich habe die FPS halt so gesehen. Von daher möchte ich dann auch optisch was haben. Aber wie gesagt, ändert das ein bisschen runter. Auf minimal 25.000 geht das. Nur natürlich, wie dann zulasten der Optik bekommt ihr dann die FPS. So, Shadow that Distance. Das ist einfach die Distanz, mit der die Schatten angezeigt werden. Also wenn ihr Schatten habt. Ich glaube, das steht anfangs auf 300. Also das Schatten auf 300 Meter angezeigt werden. Ich habe es jetzt runter gemacht auf 100. Das reicht mir. Das ist ungefähr. Ja, das ist halt so die Umgebung. Und weiter weg brauche ich nicht unbedingt Schatten. Nur da, wo ich stehe. Okay, daher habe ich das auf 100 gemacht. Bringt auch nochmal ein paar FPS. Die View Distance und die Preferred Object View Distance. Die bringen auch nochmal einiges an FPS, wenn man das runterschraubt. Ist allerdings, glaube ich, auch manchmal serverabhängig. Also dann hat das Server das eingestellt. Also das Maximum zumindest, glaube ich. Ihr könnt da halt nicht wirklich weiter runter gehen dann. Wenn das vom Server eingestellt ist. Ich glaube, der Durchschnitt hier, was man dann so sieht, ist immer 1600 Meter oder so. Keine Ahnung. View Distance in Metern ist dann, wie weit ihr gucken könnt. Generell war, glaube ich, anfangs auf 3000. Ich habe es auf 2000 runter gemacht. Habe zum Vergleich Screenshots gemacht und keinen Unterschied bemerkt. Deswegen glaube ich, dass das manchmal fest ist vom Server her irgendwie auf 1600. Aber ihr könnt es ja mal weiter runter machen. Vielleicht 1000. Und dann wird es euch wahrscheinlich FPS bringen, wenn ihr weniger habt. Und Preferred Object View Distance. Das ist dann einfach die Meter Anzahl, in der Objekte erscheinen. Also so Häuser und Büsche, was weiß ich. Also das hier ist dann einfach, ihr seht, das Land geht nach hinten. Und das hier zeigt euch dann an, wie weit die Objekte angezeigt werden. Natürlich kann man die Preferred Object View Distance nicht höher machen, als die View Distance allgemein. Also die ist natürlich abhängig hiervon. Kann nicht größer sein. Ist ja klar. Also selbst wenn ihr das jetzt auf 3000 habt, bringt das nichts, wenn ihr hier 2000 habt. Ihr könnt das ungefähr auf denselben Wert bringen. Ich habe da jetzt... Ich glaube, das hier war schon so eingestellt. Ich habe nur hier mal runter gemacht. Hat aber auch nicht viel gebracht. Aber wie gesagt, habt ihr Probleme? Stellt das weiter runter. So. Und das war es eigentlich hiermit. Dann zeige ich euch mal kurz, was ihr machen könnt in DayZ selber. In den Einstellungen. Das wird jetzt ein bisschen vermutlich dauern hier. So. Und hier zeige ich euch jetzt die Einstellungen, die ihr im Spiel selber dann machen könnt. Und wie ihr das da am besten macht. Also Configure ganz klar. Das hier könnt ihr im Prinzip alles so lassen. Hat ja mit der Grafik nichts zu tun. Das hier auch eigentlich weniger. Vertikale Synchro. Deaktivieren. Dann habt ihr mehr FPS. Aktivieren, wenn ihr Screen Tearing habt. Das... Aber das wisst ihr ja bestimmt. Also wenn ihr es anhabt, könnt ihr irgendwie maximal 60 FPS bei einem 60 Hertz Monitor haben. Okay. So. User Interface habe ich so gelassen. Das hat dabei eigentlich mit den Grafiken anstrengendlich zu tun. Also ganz normal. Aber Quality. Das ist das, was uns interessiert. Ich habe das alles auf normal. Aber die Wolken habe ich disabled. Die Wolken, die haben bei mir relativ viel FPS gezogen. Und ich brauche die eigentlich nicht. Ihr könnt die aber auch auf very low oder so lassen. Manchmal bringt das etwas mit der Helligkeit, habe ich bemerkt. Also ich glaube jetzt allerdings eher nachts hier. Ihr seht jetzt zum Beispiel very low, Sonne, disabled dunkel. Also wenn es dunkel wird, dann könnt ihr das hier mit, glaube ich, habt ihr das ein bisschen heller. Das kommt immer, glaube ich, ein bisschen drauf an. Aber ihr seht, was das so macht. Ja, normalerweise hatte ich das immer auf very low. Ich habe jetzt letztens auf disable gestellt. Ich glaube, ich lasse das wieder very low. Das reicht mir, die paar Wolken. Mehr brauche ich nicht. Und die haben halt viel FPS. Ich würde gerne höher stellen, könnte ich im Prinzip. Nur durch die Aufnahme sinken ja mein FPS. Und ja. Deshalb mache ich das nicht alles hoch. Und Object, Terrain, Shadow, alle habe ich auf normal. Objekt hat einen großen Einfluss eigentlich auf TFPS. Das zeigt auch an, wie viel Gras ihr angezeigt bekommt. Also ihr seht hier very low und dann very high ist das Grashöger. Das ist jetzt auch ein blöder Screen, sage ich mal. Um das zu zeigen. Hier ist wenig Gras. Naja. Hier sehe ich nicht wirklich viele Unterschiede. Also hier von dem Gras dürft ihr euch nicht beeinflussen lassen, dass das bei very low weg ist. Das wird irgendwie auch vom Server geregelt. Also ich habe es auf normal. Und also Sheeten, indem ihr das auf very low macht, könnt ihr nicht. Weil der Server spielt ja halt immer auch ein Wörtchen mitzureden. Shadows normal, weil ich finde, das ist der beste Kompromiss aus Aussehen und FPS. Schatten klar ziehen FPS. Ihr könnt das ausmachen, wenn ihr Probleme habt. Very low und low habe ich keinen Unterschied bemerkt. Dort werden die Schatten dann recht kantig angezeigt. Also wenn ihr da irgendwie einen Baum habt, dann ist das einfach ein riesiger Klotz. Auf normal wird das besser differenziert. Dann habt ihr da schon so kleine Lichtflecken von den Blättern durch. Das wird alles schöner angezeigt. Also ich empfehle normal bei den Schatten. Wenn ihr FPS habt, jetzt vielleicht nicht genug für normale oder very low, dann macht very low wenigstens. Denn Schatten können euch manchmal helfen, Spieler, die zum Beispiel hinter Wänden versteckt sind, zu sehen. Weil die natürlich einen Schatten werfen, eventuell dann zur Seite raus. Und wenn ihr Glück habt, dann verraten die sich durch den Schatten. Ja, das ist das, was ich dazu habe. Texturen. Video Memory würde ich immer auf Auto lassen. Auch wenn ihr euren Grafikramm quasi wisst. Lasst das auf Auto. Das soll das beste Ergebnis in Sachen FPS bringen. Und Texture, Detail und Filtering habe ich jetzt auf High. Ihr seht, wenn ihr das auf very low macht, dann werden Gräser und so relativ hier matschig dargestellt. Also ich finde das nicht sehr schön. Auf normal sehen wir das so. Und auf High, da sieht man jetzt zum Beispiel hinten an der Wand so einen Unterschied. Achtet da mal kurz drauf. Wenn ich jetzt auf High klicke. Bap. Also ich finde, auf High wird das alles relativ schön dargestellt. Ihr könnt das mal austesten, wenn ihr euch zum Beispiel an so einen Sound stellt oder so. Also ich finde, High macht da ein schönes Ergebnis. Und Texture Filtering habe ich dementsprechend dann auch auf High. Das, ja, zieht nicht so viel FPS. Macht das ruhig auf normal oder low, wenn ihr Probleme habt. Aber ich würde halt normal empfehlen, mindestens. Und macht es auf High oder vielleicht sogar sehr High, wenn ihr Platz habt. Very High weiß ich jetzt nicht. Habe ich nicht so einen großen Unterschied zu High gesehen. Also ich lasse es auf High. Das ist der beste Kompromiss eigentlich. Und Rendering. Da habe ich Anti-Aliasing auf normal. Alpha to Coverage. Das ist das, damit Anti-Aliasing halt auch auf Bäume und Gräser geht. Macht es, wenn ihr könnt. Ich würde es gerne machen. Aber ich zeige euch mal das Problem, was ich dabei habe. Seht ihr jetzt diese komischen weißen Flecken da drin in dem Gras? Sieht einfach unschön aus. Das liegt in meiner AMD-Grafikkarte. Das ist, glaube ich, nicht mit allen. Aber mit meiner. Ich habe die 7850. Da ist das irgendwie. Und deshalb mache ich das nicht, weil es leider blöd aussieht. Ich würde es aber gerne machen, weil dann halt auch die Bäume und so schöne aussehen. Wenn ihr da im Hintergrund seht. So, die sehen einfach. Das sieht einfach schicker aus. Habt ihr nicht so komische Flecken, wo nichts ist. Und dann kommt wieder was raus. Also macht es auf All Trees und Grass. Gras oder eventuell nur Trees. Wenn ihr hier nicht unbedingt, ähm... Ja, ich weiß nicht, ob das einen großen Unterschied bringt. Probiert es mal aus. Aber ich würde All Trees und Grass empfehlen. Nur leider, ich kann es nicht machen. Edge Smoothing. Da empfehle ich immer FXAA Normal oder sogar FXAA High. Warum? Zeige ich euch. Das macht nämlich einfach das Bild schärfer. Wenn ihr jetzt mal so auf das Bild seht und ich disable das. Ich weiß nicht, ob man es gut sieht, aber es ist unschärfer. Ich weiß nicht, wie man es jetzt auf YouTube sieht. Dasselbe ist auch bei den SMAA Sachen. Oder wenn ihr FXAA Very High macht, ist das auch unscharf. Auf Normal. Wie das Bild einfach ein bisschen schärfer. Deswegen habe ich das auf Normal. Sieht irgendwie schöner aus. Ja, HDR habe ich Very Low. Weil das auf Low auch FPS zieht. Könnt ihr allerdings nachts auf Low machen, wenn ihr mehr sehen wollt, glaube ich. Ja, Ambient Occlusion. Das habe ich aus wegen den FPS. Wenn ihr das anmacht, dann werden Schatten und so realistischer dargestellt. Wenn ihr die FPS habt, wie gesagt, macht das. Das hat allerdings einen großen Einfluss auf die FPS. Also daher auslassen, wenn ihr nicht die High-End-Maschine überhaupt habt. Post-Process. Das zeigt im Prinzip, wie unscharf Sachen, glaube ich, in Entfernung und so dargestellt werden. Also es hat allerdings auch Einfluss auf die FPS. Ich habe es daher aus. Und Bloom Rotation Blur. Ich glaube, das hat nur Einfluss, wenn ihr auch Post-Process-Quality anmacht. Wie ihr hinten seht. So, wenn ich das jetzt ausmache, bringt das nichts. Also, das hier, die beiden Sachen wirken eigentlich nur, wenn ihr Post-Process anhabt. Ich habe es aus wegen der FPS und weil ich aufnehme halt. Ja, und das war es eigentlich. Rendering. Das könnt ihr im Prinzip runterstellen, falls ihr Probleme habt mit den FPS dann noch. Aber das würde ich nur als Notlösung machen. Lasst das am besten auf 100%. Also, so wie eure Monitor-Einstellungen auch sind. Ihr könnt so eine Art Anti-Aliasing-Effekt herausbekommen, wenn ihr das ein bisschen höher stellt. Aber kostet halt auch ein bisschen FPS. Also, ja. Lasst es einfach. Ich denke mal, dass die meisten von euch nicht so die Riesen-FPS bekommen. Okay, und was ich noch sagen wollte. Gameplay. Macht es auf Englisch. Bei Deutsch fehlen manchmal irgendwelche Beschreibungen und so. Und macht den Head-Bob aus. Der Head-Bob ist das, was in der First-Person euren Kopf so hoch und runter wackeln lässt. Also, es ist ziemlich, ziemlich anstrengend. Macht das aus. Das ist schöner. Ja, und das war es zu meinen FPS-Tricks, Initweaks und meinen Einstellungen. Falls ihr Fragen habt, schreibt die unter die Kommentare. Ich beantworte die dann noch und ich hoffe, dass euch das geholfen hat. Falls ja, gebt mir auch eine Rückmeldung. Würde mich auch mal interessieren und freuen. Und wenn euch das geholfen hat oder gefallen hat, dann lasst mir ein Like und so da. Würde mich echt freuen. Und dann sehen wir uns bei meinen nächsten DayZ-Videos. Haut rein, meine Freunde. Und bis dann.